Lass mich raus, ich kann dich nicht mehr hin, da heißt du, du fliegst nicht mehr zurück. So lollo und willkommen zur neuen Folge Find the Button hier mit dem Doops und mit dem Flo hier und Tops ist grad gestorben. Junge, ich bin grad einfach mitten im Nirgendwo gespawnt. Du bist in dem Mornings drinnen im Clown. Ja. Wir haben einfach wirklich die ganze Zeit bevor der Aufnahme hier die ganze Zeit Tops hier in die Cobobs geschlagen. So lass los, lass los, lass los, lass los. So, äh, genau, weil heute haben wir schon irgendwie so, ähm, Dings, Halloween-Stimmung hier. Okay, äh, Riverside Tops. So was da? Ah, Tops hier. Riverside, jetzt hör mal auf da, hier drauf zum Drehen. Oh lollo, schau, schau mal die Brücke an hier, wie die Bauder mit Lagerfeuer. Was? Hör auf, welche ganze Tattoo schlagen, ihr Penner. Okay, es ist sicher, es ist sicher irgendwie irgendwas unter Wasser, warte mal, schau mal. Das liegt zu komisch. Ey, du, Slow Falling heißt. Boah, der geht aus, der geht aus, wenn du dir näher, an, wenn du dir näher gehst. Äh, Aua. Aber ich hab was, Leute, 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 ich hab's. Ich hab's auch. Sicher? Ne, ich hab's auch. Doch, das ist, Schalter. Oh, a door is open. Loll, warte mal. Ey, das ist englisch, das heißt, eine Tür hat sich geöffnet. Eine Tür hat sich geöffnet. Eine Tür tobt, sein Kopf hat sich geöffnet. Ja. Flo, flog ich gerne nach. Ähm. Tobs fällt nix an. Ja. Flo, tobs fällt nix an. Ey, das ist offen, da ist Haus. Hast du das Haus? Lol. Look at my house. Warte, ist hier irgendwo unter da? Wir sehen was? Nee. Was? Lol, hier ist was. Ich hab einen Button. Hinter der Tür war er. Lol. Okay. Ähm. Neidings Haunted Mansion. Okay. Ähm. Ich verfluchte das Haus. Es ist englisch, das heißt verfluchte. Ah, lol. Ich hab Tobs gefunden. So, was ist hier? Was ist jetzt schon wieder? Ich such das ganze Chess. Tobs, schau mal, ich leg den Geld zurück, komm mal raus. Oh nein, ich werd gleich wieder sterben, oder? Schau mal wieder. Ah, lol. Ho. Oh, lol. Ich glaub, kann man hier wirklich drunter? Nee, glaub ich nicht. Ähm. Wo sind die Glöpfe, lol? Lol, schaut mal den, den, den Kübis an. Schau mal, Flo. Ich weiß. Vielleicht hieß Ingo, vielleicht hieß Ingo, vielleicht hieß Ingo. Hast du eine Barrels gecheckt? Barrels? Ja, hier ist ein Zombie. Okay. Ah, das ist Tobs. Achso, eure Barrels? Oh nein. Oh nein. Oh nein, nicht schon wieder. Oh nein. Wieso ich, Mann, hier ist nur passiert. Hier ist nicht, hier ist nicht, Alter. Was? Warte mal. Hast du gerade was geöffnet, Julian? Ja, ich öffne. Hier ist ein Knopf, hier ist ein Knopf. Hä? Wo denn? Hier unten, bei der Bibliothek, unten im Boden. Achso, lol, das ist ja aufgegangen wahrscheinlich, oder? Hä? Was ist das? Lol. Okay, Grave. Äh, Grabsteinen, Grabsteinen. Ja, lol, das ist ein Riesenkürbis. Lol, Riesenkürbis? Achso, das ist ein Kürbis sein, lol. Oh, Bickel. Oh, Bickel. Oh, Bickel um. Schaut mir hier ganze Zeit. Ich glaube, es ist ein Chopperon. Ob hier ein Stein-Dings sind. Ja, doch. Au. Ich glaube, es ist ein Chopperon. Oh, lol. Ich weiß, warum. Das macht Chopperon. Ich danke. Das macht Chopperon einfacher. Ja. Er macht gar keinen. Doch, man muss Chopperon machen. So. Könnt man, bitte. Sehr spät, ihr. Ups. Ne! Oh, du musst das so machen. Jetzt, bitte das im Web dabei lachen. Oh, ich glaube, ich habe es. Ey, Flo, du Pistenpenner. Hier ist der Knopf. Und was? Du riechst gerne. Leute, Maze. Alter, ähm, Dings hier, ähm. Immer links gehen, hätte ich gesagt, oder? Ey, das heißt Labyrinth auf Deutsch. Ah, Labyrinth. So. Wann weiß ich nicht hochbrusten? Wann weiß ich nicht hochbrusten? Da steht ein Schild. Es ist ein Trick. Es ist ein Maze. Okay. Da steht drauf. Es ist ein Maze. Es ist ein Maze. Es ist ein Trick im Labyrinth. Okay. Heißt das auf Deutsch. Ich habe nämlich Englisch studiert. Trick or Treat, äh. Warte, zups, zups. Ich meine, das Schild ist nur ein Troll. Es ist wirklich hier. Ja, zups. Ja. Vielleicht ist es ein Doppel gemoppelt. Das Schild ist hier. Ja, zups. Vielleicht ist es ein Doppel gemoppelt. Bloßballon ist hier. Hier ist ein Knopf. Ihr seid alle dumm. Ihr seid dreimal ein Knopf vorbegrenzt. Hier oben. Oh. Äh. Spider. Spinne, spinne, spinne. Spider heißt Tops und spinnt. Tops hat eine Spider im Spider. Noll. Ey. Kann man liegen hoch? Noch Tops ist ein Spider. Hör auf, Tops. Hä? Hä? Wie? Such dir jetzt mal einen... Ah, hier ist ein Jump Run, oder? Sorry. Du kommst hier nicht rein. Au. Warte. Du sagst ihn mal. Hilfe! Hier steht Picasso. Nein! Warte, warte. Tops! Ja, was ist denn los, Flo? Na! Kann ich dir helfen, Flo? Alter, ich mach jetzt ein Scoreboard Team, das Tops und ich, um sich beschlagen können. Nein! Warum macht den nicht einfach so, Leute? Nein! Warum macht den nicht einfach so, wie ich? Warum machst du nicht diesen, Alter? Warum machst du nicht diesen, Alter? Ah! Oh, Galle. Warum machst du nicht diesen? Das fühle ich einfach gar nicht. Das fühle ich einfach gar nicht. Ihr seid so dumm. Wir können einfach... Das habe ich doch ganze Zeit schon gemacht, Tops. Easy. Ey! Ach du, Mann. Ich fühle es gar nicht. Ich fühle es gar nicht. Ah! Brudi. Nein! Nicht! Nein! Spinner! Ja! Ja! Gerechtigkeit! Ey, Leute. Das ist ja... Ich bin eine Spinne. Ah! Ich hab's! Ja, Johann! Oh! Nein! Komm her, Johann! Komm her, Johann! Komm her, Johann! Komm her, Johann! Na! Na! Imo go raunchen! Warum brennt... Warum stirbt Flo nicht? Au! Ist ein Button! Ach, Flo! Weißt du, manche Leute sind produktiv... Und dann gibt's ja noch Flo. Wir kommen hier auf... Wir kommen hier auf... Wir kommen hier auf... Wir kommen hier auf... Wir kommen wirklich... Wir kommen hier auf... Loll. Easy. Danke, Johann. Oh, danke, Johann. Ich helfe dir. Warte, ich helfe auch dir, dass du... Schneller nach oben kommst. Ich sehe irgendwas? Oh, danke, danke, danke. Ich sehe irgendwas? Danke, 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 danke. Los! Johann, kick ihn runter, kick ihn runter! Es ist ein Button! Es ist ein Button! Ich hau ihn! Ah, ich hau ihn! Das ist Sie! Ich hau ihn! Es ist ein Button! Ja, aber Brücke! Weißt du, du musst den Button einfach mal finden. Das ist aber... Du wieder schaffst, man. Ich fühl's dir immer Ballern, aber so. Nein, das ist nicht Penny... Penny Dings Bums! Penny... Penny... An der Brick Dings drauf. Ich komm nicht hin! Mach jetzt nichts, Hubs! Neee! Du bist hier hoch! Leather is the Seher! Nein, das ist der Abstand! Die Abstand! Beat Saber! Das ist der Abstand! Ja! Ja! Oh Gott! Oh Gott! Ich schlag! Neee! Oh, das ist richtig eklig! Ich kann von... Warte, 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 Entschuldigung! Warum? Ja, ich bin doch das Spiel, wo du kannst mich nicht sagen. Manuel... Hey, ich glaub, du musst da rein, oder? Nein, jetzt hab ich zu Flo tp'n's! Hey, da ist er, oder? Hey, wo denn? Wo ist er? Wo ist er? Ey, wo denn? Wo denn, Leute? Jörn, du musst dich zu uns tp'n. Flo hat den Knopf aufgebaut. Ich hab ihn auch. Oh Leute! Ja, das ist das schon wieder! Flo, du bist so kacke! Hörst du so? Du bist so... Nein! Geh rein! Geh rein! Ich stirb einfach! Geh rein! Du bist so eklig! Nein! Schau mal hier runter! Leute! Ich hab ihn! Er war... Er war unter der Treppe! Wo ist er? Wo ist er? Boah, ich... Unter der Treppe! Wo ist er? Unter der Treppe! Boah, hier seht ihr fast so viele Bücher wie in meinem Kopf! Ja... Nee! Doch! Geh mir echt so... Nein! Nein! Hier ist ein Button! Hier ist ein Lever gewesen! Nein! Ist die Map zu einfach? Ich glaub wir sind... Oh lol! Wir haben es geschafft! Wir sind in der Library! Oh lol! Hat man nicht schon Level 9? Nö, das war schon! In der Library! Das heißt so auf Deutsch übersetzt Liberalität oder so! Ja, das heißt die Liberisten! Oh man! Lever! Hallo! Drück den Lever mal! Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott! Was sind die drei Schriftzeichen? Tops dein Kopf! Mach nochmal! Hier ist ein Button! Das ist Chinesisch für Topschut! Loll! Boah, jetzt soll das auch? Man rennt die ganze Truhe! Wir werden ja eigentlich gehen! Ah! Hier! Flo ist da! Mein Gott! Flo ist da! Oh mein Gott! Tops in der Familie! Oh lol! Ist ein Noobs! Ah! Ah! Tops in der Mutter! Schreit jetzt am Abend! Du musst gehen! No! No! Flo, schau mal in die Luft! Flo, schau mal in die Luft! Wie? Ich brauche das nicht! Ich bin weiter als ihr! Ja! Tops ist out! Warte mal! Warte mal! Kommt die! Kommt mal nicht hoch! Tops! Tops ist gefangen! Ah! Ihr müsst jetzt den Button suchen! Ihr müsst den Button suchen! Okay! Weiß ich hier vielleicht irgendwo? Hier oben ist was glaube ich! Kommt mir die an! Nee! Ich war gerade oben! Ich glaube ich weiß wo es! Ich glaube ich weiß auch wo es! Oh nein! Hier oben! Hier ist auch! Tops! Warten es hier! Warte mal! Ja! Ich hab's! Tops! Tops! Ja! Du musst außen ins Fenster ran! Vom Dach! Achso nein! Hier! Achso warte mal! Tops muss erstmal hochkommen hier! Tops komm her! Hier! Außerhalb! Außerhalb! Ich check's nicht! Wo denn? Hier! Ich glaub ich check's wirklich nicht! Ich glaub ich check's wirklich nicht! Jön! Hör! Au! Jön! Du bist schlecht! Also! Oh no! Ich bin blind! Der ist einfach hier! Oh! Ich war fast drin gewesen! Ja! Wo sind wir? Level 11! Ich wette der ist irgendwo... Ein Bob-Kinder! Ein Bob-Kinder! Ein Bob-Kinder! Ein Bob-Kinder! Ein Bob-Kinder! Ein Bob-Kinder! Eins gegen eins! Am Schulhof! Eins gegen eins! Ohne Treten Junge! Ohne Treten! Vor-For-For-Ite! Vor-For-For-Ite! Ich glaub ich glaub das komplette Labyrinth ist ein Troll! Ich glaub schon! Hier ist er! Hier ist er nicht! Hier ist er nicht! Tops der Mann! Hier ist er! Zops, geh weg! Loh ich weiß wo! Herr Boden! Fart, Block und Druster bestimmt! Fahrt, Bra. Glaubst du es geht? Weil der ist einfach irgendwo offen. Blut! Weil der ist einfach irgendwo offen. Oder unter dem Ding. Warte mal. Schau mal, schau mal! Hey, was? By the way, Leute. Wer... Ich hab ihn, by the way. Wer meinen Halloween-Skin noch nicht gesehen hat... Ah, hier mein Halloween-Skin. Oh man, wir brauchen schon mein Halloween-Skin. Wo ist denn der Boden? Hä? Als ob es noch nicht... Ich wusste es! Ich hab's. Oh, Leute. Ey, das heißt verfluchter Schmied. Hau den Blacksmith. Oh, Blacksmith. Du kannst einfach die... Die Straße kannst du einfach aufmachen. Er hat einen Moment einfach... Hier sind die Dings wahrscheinlich. Die... Ich schlag mich mal runter. Aber in Richtung Rochfong. 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 Da kann man nicht hoch. Hier ist ein Level, Leute. Hier ist ein Schwert. Rochfong. Ich nehm' jetzt alle Waffen, die hier rumfliegen in den drin. Und dann schleiche ich Topst damit. Okay, mach das. Au! Hau! 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 Schlag mich mal Topst, ha? Schlag mich mal! Nein, ich drück die Knöpfe hin. Nein, es hat einen Cooldown. Warte mal. Ja. Warte mal, warte mal. Danke, Flo. Hau! 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 Was ist denn los, Flo? Hau! Warte, warte, ich hab ne Idee. Bin ich doof, Flo? Wie hast du? So, ich hab ihn. Oh, oh. Hey, you won? Was war schon? Ja! Hast du ich? Ja, wir haben gewonnen. Boops. Da haben wir gewonnen jetzt? Nein! Nein! Nein, ich hab gewonnen. Ihr habt noch nicht gewonnen. Ihr müsst noch botten. Oho. Habt ihr ihn? Nee. Ey, super einfach. Wenn du reingehst, direkt links. Achso, hier. Ah, ich hab vorne. Schau mal, da steht was. Ich hörste euch! Boah, Topst! Topst besteht eine neue Nachricht, die ihr alle bei Topst in die Kommentare schreiben müsst. Alle. Topst. Ja, weißt du was? Topst kommst du? Topst. Topst. Ich kann die Rüstung nehmen. Was passiert? Ja, ähm. Also, das heißt natürlich, dass er... Ja, Topst stinkt, wie gesagt. Ja, lasst einen Like. Nein! Lasst einen Like und ein Abo da. Für mehr neue... Find der Button Map mit Flo mit Topst. Und ja, lasst einen Like und ein Abo da. Und tschau! Noem! Es Ist jetzt Fire! Es ist jetzt Fire! Es ist jetzt Fire! Wie gesagt! Wir sind fertig. Es ist jetzt Fire! Es ist es.